Aber ich finde die Straße, ich liebe diese Straße, ich finde die sehr schön. Man kommt aus der Haustür raus und hat schon erstmal so Platz fürs Auge. Man kann so gleich Wetter erfahren, weil es stehen Bäume in der Mitte, große Bäume und man kann gleich so Wetter erfahren. Und mit Jahreszeiten, nicht in so einer kleinen Gasse, wo man, wenn man aus der Haustür heraustritt, schon fast mit der Nase an der Vis-a-Viv-Fassade dran ist. Nee, ich liebe diese Straße auf jeden Fall. Seestraße ist eine schöne Straße. Lang. Sie ist so lang. Man kann so gucken. In beiden Richtungen. Irgendwann kommt in östlicher Richtung eine Kurve. Gut, die kann man nicht einsehen. Aber in westlicher Richtung kann man praktisch gucken bis, bei guter Sicht, bis Plötzensee. Da, wo der nachher so eine kleine Anhöhe kommt. Ja. 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 Ja.